Die Bitcoin-Dominanz hat einen neuen Jahreshöchststand erreicht und liegt jetzt bei 56%. Seit drei Jahren steigt die Bitcoin-Dominanz kontinuierlich, was auf unsichere Zeiten im Kryptomarkt hindeutet. Kryptoinvestoren bevorzugen aktuell Bitcoin gegenüber Altcoins, insbesondere seit Jahresbeginn. Zu Beginn des Jahres lag die Bitcoin-Dominanz noch bei 50%, jetzt bei 56%. Bitcoin hat seit Jahresbeginn um 45% zugelegt, während Ethereum nur um 20% gestiegen ist. Eine höhere BTC-Dominanz zeigt, dass Bitcoin im Vergleich zu Altcoins stärker ist. Der Begriff Altseason bezeichnet Perioden, in denen Altcoins Bitcoin outperformen. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo, geschrieben von David Scheider.